Ciao, bella Italia! Schon wieder besuchen wir am heutigen Tage Rom. Du merkst, Rom war und ist immer noch eine sehr wichtige Stadt. Ganz früher war Rom die Hauptstadt des Römischen Reiches. Ein ganzes Herrscherreich wurde also nach dieser Stadt benannt. Alle Kriegsbeute und die gesamten Steuern mussten an Rom abgegeben werden. Darum gelang Rom zu großem Reichtum. Die Religion, das sehen wir leider auch noch heute bei all den Kriegen auf der Welt, spielte auch in der Politik eine große Rolle. Nach dem Zerfall des Römischen Reiches war der Papst zum Beispiel Kaiser und Kirchenoberhaupt zugleich. Und um die Religion zu festigen, hat der Papst viele Kirchen gebaut. Die Kirche wurde schon im 5. oder 6. Jahrhundert errichtet. Danach wurde sie oft umgebaut. Heute sehen wir uns ihre Barockfassade an. Der Barock ist auch ein Kunststil. Etwa 200 Jahre nach der Renaissance. In der Zeit des Barocks experimentierten die Architekten mit den Formen. Üppige Verzierungen und schwungvolle Linien zieren das Gebäude. Und nun zur Fassade, also zur Außenansicht der Kirche. Uiuiui, da wird einem ja fast schwindelig. Die Mitte der Wand ist nach vorne gewölbt, der Rest nach innen. Ob da wohl jemand ein bisschen zu viel Wein getrunken hat? Sicherlich nicht. Wie wir schon sagten, der Barock war auf der Suche nach neuen Formen am Gebäude. So besteht diese Mauer der Kirche aus konvexen und konkaren Teilen. Guck mal auf die Skizze, die wir dir angefügt haben. Konvex nennt man eine Wölbung nach außen. Deine Augen sind zum Beispiel auch konvex. Und konkav nennt man etwas, das nach innen eingewölkt ist. Konvex und konkav sind also Gegenteile und gehören doch immer zusammen, wie Bruder und Schwester. Konvex Konvex Konvex